Ich habe heute Anton Sorokov getroffen, ein ganz netter Mensch und ein sehr guter Geiger und ich freue mich mit ihm zu spielen. Wir spielen jetzt Giovanni Pottesini, Grand Duo heißt das für Geiger und Kontrabass. Diese Duo gefällt mir persönlich sehr, ich habe das schon öfter gespielt und es macht Spaß. Das ist eine interessante Komposition von Pottesini, der selber ein Kontrabass-Virtuose war im vorigen Jahrhundert. Und das ist ein bisschen im Stil von Niccolo Paganini, Rossini, so italienischer virtuosen Musik. Und ich mag diese Musik sehr. Ich habe noch nie vorher mit dem Kontrabass gespielt und das ist eine ganz gute Gelegenheit, um diese interessante Mischung zwischen zwei verschiedenen Instrumenten auszuprobieren. Ich habe noch nie vorher mit dem Kontrabass. Musik 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 Ich geb último Vibega, Musik 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 槍 Applaus Applaus